Ein kleines Basschassis mit 8 cm Durchmesser und eine Handvoll Holz. Und wie man damit einen kleinen Zapfufer baut, der so 40-50 Hz schmeißen kann, das zeige ich dir heute. Ja, und damit Hallo, Moin Moin, Servus, Grüß Gott, wo auch immer er herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ja, die Holzteile und das Chassis habt ihr gerade schon gesehen und wenn es fertig zusammengebaut aussieht, dann sieht das so aus. Das ist eine kleine Kiste, gar nichts Besonderes. Die ist 25 auf 25, hat ungefähr 4,8 Liter Inhalt, ist 10 tief in der Lichtenweite plus Rücken plus Front. Ich habe ja 15er Material genommen, also sind das jetzt hier ziemlich genau 13 cm Tiefe. Und ja, das Ding, das habe ich mir mal so ausgedacht, ich habe damit richtig was vor. Erstmal ist es günstig, ganz klar. Wir hatten ja auch ziemlich teure Projekte im letzten Jahr. Die Hashira und zum Schluss die Grito. Und klar, bei euch in den Kommentaren waren natürlich diverse Stimmen, mach mal wieder was günstiges, was man jeder nachbauen kann. Und ich denke mal, das ist hier so ein Grundstock an Entwicklung, die man machen kann. Ich lege das mal weg. Upsala. Ja, ein Grundstock an Entwicklung, die man vielleicht um dieses Gehäuse, um diese Form, um diesen Bass machen kann. Ich habe da ein bisschen was mit vor. Das Ding wird uns die ganze Zeit lang begleiten, glaube ich, dieses Jahr. Und da kann man verschiedenste Sachen mit machen. Also heute erstmal das kleine Bassgehäuse, der kleine Sub. Das ist ein Reflexgehäuse übrigens. Kann ich euch nochmal schnell zeigen. Hier ist im Grunde ganz, ganz einfach so ein dreieckiges Loch drin. Da geht der Reflexkanal rein. Mein Kabel zu messen, hängt da noch raus. Und das wollen wir uns näher anschauen. Heute werden wir das mal durchsimulieren. Ich habe so ein paar Zielvorgaben, dass das Ding auch ohne DSP-Korrektur vernünftig Bass bringen soll. Das tut er auch. Das war mir schon mal sehr wichtig, weil es gibt auch viele Leute, die halt noch nicht mit dem DSP-Fummeln. Das Ding muss auch rein passiv anschließbar sein und muss schon was bringen. Das tut es. Ja, solche Sachen habe ich sehr drauf geachtet. Bevor wir dazu jetzt übergehen, bevor wir an den Rechner gehen, persönliches Wort von mir. Das ist jetzt das erste Video, was ich drehe, nachdem mein Video 1, 23 rausgekommen ist. Da habe ich euch ja vorgestellt, das neue Intro. Habe euch Änderungen erzählt im Kanal, wie ich in Zukunft mit Werbung umgehen möchte. Ich habe euch auch gesagt, dass die Blödeleien erstmal reduziert werden dieses Jahr. Das war einfach zu viel Stress, das Ganze zu erstellen. Und ich möchte, und jetzt kriege ich schon wieder fast eine Gänsehaut hier, ich möchte mich mal ganz fett bei euch bedanken. Und den Daumen hoch, den bekommt ihr jetzt mal von mir für eure Kommentare. Also jetzt Status aktuell waren es den ganzen Tacken über 200 Kommentare. Und negative Stimmen waren, glaube ich, drei Stück bei. Alles andere positive Kommentare von euch. Ich habe mich da tierisch drüber gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, für euch ist das Video jetzt schon wieder irgendwann Anfang Januar gewesen. Und das hier schaut ihr jetzt irgendwann Ende Januar. Ist schon ein paar Wochen her. Für mich ist es aber noch frisch und aktuell. Von daher nochmal. Danke, danke, danke für euren Zuspruch, für eure Kommentare. Spitze. Spitze. Danke. Das muss ich noch loswerden. Ja, so. Und jetzt gucken wir uns diesen Namen hat es noch nicht. Mini-Sub an. Ja. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe ihn simuliert. Wir messen. Ach so, und speziell bei der Nahfeldmessung. Da habe ich heute mal einen Trick für euch. Den habe ich nur einmal mal am Rande gezeigt. Heute will ich mal weiter darauf eingehen, was man bei der Nahfeldmessung nämlich für Fehler machen kann teilweise. Mit den Pegeln. Und wie man das vielleicht so ein bisschen korrigieren kann, wenn man auf eine andere Art und Weise daran geht. Auch das soll heute Inhalt sein. Marsch. So, jetzt habe ich das Ding hier erstmal ganz flockig auf die Tischkante gestellt. Tut ja nicht weh. Wie gesagt, das kleine Gehäuse. Es besteht aus, ja, ein paar Brettern im Grunde nur. Wie schon gesagt. Ich benutze immer, ja, für solche Testaufbauten, die manchmal auch Jahre über stehen bei mir, davon mal ab, 15 Millimeter Birken Multiplex. Das Zeug, ich wurde mal gefragt, wo habe ich das immer her? Habe ich vom Obi. Ich gehe meist bei uns zum örtlichen Obi und decke mich dort ein. Da gibt es Platten, ungefähr 800 Millimeter mal 1200 Millimeter. Ja, haben immer lange Zeit 29 Euro gekostet, sind jetzt auf 39 Euro hoch, also 40 Euro so eine Platte. Kann man aber gut mitleben, ist kein Riesenverlust. Man kann das mit anfangen, man kann es gut bearbeiten. Qualität stimmt für mich auch. Wobei ich auch schon Material hatte, eine Platte, die war in der Mitte gar nicht richtig geklebt hat. Das Laminat sich dann hier auseinander dividiert, sagen wir mal so. Kann auch mal passieren, mein Gott. Aber ich benutze es ganz gerne. So, da habe ich das auch mal gesagt, wo ich mein Birken Multiplex Zeug immer her habe. Das hat nur 15 Millimeter. Reicht für so einen kleinen Lautsprecher. Das ist ja nicht, erst mal nicht high-end. Das ist schon mal der erste Spruch mal wieder. Und zum anderen ist es völlig in Ordnung, wenn man so etwas aufbaut. Alles kein Thema. Und ja, das Ganze wird ruckzuck zusammengebaut. Ich habe das ja hier noch liegen. Da haben wir dann, zack, upsala, upsala, ups. Das zeige ich euch mal eben ruckzuck hier. Ups, aufpassen, dass mir das nicht völlig auseinander fällt hier. So, jetzt habe ich es in der Hand. Also eine Deckplatte unten, die ist 25 x 25 Zentimeter. Dann bei 15 Millimeter Material habe ich natürlich auch 25 Zentimeter lange Seiten. Aber nur 22 Zentimeter lange Gegenseiten. Sagen wir mal so. So, zack. So kann man das ruckzuck zusammenstellen, das gute Stück. Ihr seht das hier so im Winkel. Könnt ihr, glaube ich, halbwegs noch in der Kamera sehen. Ja, hier kann man ruckzuck zusammenleiben, die ganzen Traumen hier. Hier noch ein 25er, dann noch ein 22er Brett. So, und zum guten Abschluss kommt noch mal wieder ein 25 x 25 drauf. Fertig ist die Laube. Also, alles kein Hexenwerk. Dafür werde ich nicht extra ein Holzbau-Video in der Werkstatt machen. Ich denke mal, das kann jeder selbst. Ich werde das noch mal zusammenschreiben, was es ist. Und schreibe das dann bei Zeiten, vielleicht jetzt noch nicht nach dem Video. Einfach mal unten. Dann unter, kleine Mini-Anleitung. Tut ja nicht weh. So, das ist schon mal das Holz, was ich dafür benutze. Und wie gesagt, 15 Millimeter Birke Multiplex vom Obi. Das ist recht günstig. Könnt ihr euch vielleicht da auch gleich zusägen lassen. Weiß ich nicht. Ich säge es immer selber zu auf meiner Kreissäge. Ja, fertig ist. Wie gesagt, habe ich hier so eine kleine Ecke drin. Ich blende euch mal ein Foto an, was ich da gemacht habe. Dahinter ist nämlich der Kanal zu sehen. Da habe ich so 7, 8 Millimeter Sperrholz genommen. Habe das da 45 Grad angeschnitten und eingeklebt. Das bildet mir den Kanal, den Bassreflexkanal, der dann letztendlich hier endet. Der ist in diesem Fall ungefähr 13 Zentimeter lang. Passt. Hier oben mittig drin der Bass selbst. Da will ich kurz drauf eingehen. Ist ein schickes Teil. Ich habe den ja im letzten Jahr schon mal vorgehabt. Auch bei dieser Basic Line 4 Doppeltieße. Da war der eingebaut. Ich war total begeistert von dem Ding. Ich finde ihn richtig schick. Der läuft gut. Wenn ihr den kauft, dann ist da gleich immer eine Dichtung bei. Schick. Von daher passt das. Ich habe es auch auf dem Rechner drauf. Hier können wir kurz gucken. Wie gesagt, Omnis Audio MW 4.01 heißt er. Kostet 19 Euro das Stück. Und ohne jemanden zu bäschen zu wollen. Das Ding habe ich schon in Fertiglautsprechern gesehen, die sehr, sehr teuer sind. Nur mal so am Rande. Okay. Ist verfügbar. Kann man bestellen. Alles schön. 19 Euro. Tut nicht weh, oder? Nein. Tut nicht weh. Das kommt aber auf einmal, was er abliefert. Und da muss ich sagen. Tja. Gehen wir jetzt hier drauf ein, ne? Also. Hammer. Okay. Also erstmal weglegen das Ding. Wohin? 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 Hier. Zack. So viel misst ihr auf dem Schreibtisch schon wieder liegen. Egal. Also das ist er. Ich zeige euch jetzt mal eine Simulation von dem Ding. Die habe ich hier. Das Ding habe ich jetzt so zusammen simuliert. Also. Die Parameter eingegeben. Ganz klar. Hier. Self-Maggered steht hier übrigens. Ja. Die TSP habe ich selber nochmal aufgenommen. Unterscheiden sich nur wenig von den TSP, die das Ding im Datenblatt hat. Hat das schon mal ein gutes Zeichen. Und. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Box gebaut. 4,84 Liter hat die. Na klar. Innen ist die 22 auf 22 und 10 Zentimeter hoch. Das ist das Volumen, was innen drin ist. Da komme ich mit diversen Taschenrechnern auf 4,84 Liter. Und dann habe ich dem Ganzen noch eine Tuning-Frequenz verpasst. Was ist das? Ich habe einen Reflex. Klar. Da hat man eine Tuning-Frequenz. Auf die das Ding, dieses System abgestimmt wird. Ja. Kann ich euch auch zeigen. Wenn es. Ich habe hier in diesem Fall nur eine Fläche von 7,1 Quadratzentimetern. In dem Fall bei Win ISD wird das über einen runden Durchmesser angegeben. Ja. In dem Fall habe ich jetzt hier ein Dreieck draus gemacht. Passt schon. Okay. Weil es einfach halt einfach ist. Ich brauche auch keine Rohre kaufen. Wenn ihr ein 3 Zentimeter Rohr habt, könnt ihr das auch irgendwo hinsetzen. Wie auch immer. Jedenfalls 3 Zentimeter Durchmesser. Wenn es rund wäre. Länge um die 13 Zentimeter. Genau so habe ich es hier realisiert. Okay. So viel zu meiner Vorplanung. Und das gute Stück soll halt erreichen, wenn es hier mal so runterläuft. Ja. Um die 50 Hertz. Dafür sollte es gut sein. Das würde von alleine schon super laufen. Macht schon guten Bass. Man kann es aber auch noch elektronisch pushen, wenn man möchte. Ist ja alles kein Thema. Natürlich ist die Belastbarkeit von so einem kleinen Ding dann irgendwo auch begrenzt. Aber es soll ja so eine kleine Schwannerei sein hier. Okay. Ja. Haben wir gemacht. Jetzt lasst uns das Ganze mal messen. Ich habe REW hier schon offen. Und jetzt wollte ich euch mal, was ich vorhin angesprochen habe, diese kleine Diskrepanz zeigen beim Messen. Was kann da passieren? Bei einer Nahfeldmessung. Wir haben es schon mehrfach gemacht. Wir gehen einmal nah ran an den Bass. Wir gehen einmal nah ran an das Rohr. Und verrechnen dann über die Flächen, über den Korrekturfaktor, verrechnen wir die beiden Signale und sehen dann den Gesamtfrequenzgang. Und da kann man Fehler machen. Da kann man echt Fehler machen. Erster Fehler, den man vielleicht macht. Ist es ein Fehler oder nicht? Werden wir gleich drauf kommen. Man hält das Mikrofon so direkt Richtung Chassis und nicht so quer. Da sagt auch jeder, ich messe doch immer so direkt drauf. Ja, außer Entfernung. Wenn ich allerdings sehr nah an einer Schaltquelle dran bin, dann gibt es sogenannten, ich sage mal, Staudruck. Das heißt, man misst im Grunde einen höheren Pegel, als man eigentlich hat. Das ist schon mal ein so kleines Problemchen, was man hat. Wenn ich es bei beiden Messungen mal jetzt machen würde so, wäre es schon wieder nicht so schlimm. Könnte man sagen, wird sich im Grunde bei beiden der Fehler gleich verhalten. Wäre nicht ganz so schlimm. Stimmt auch. Weitere Geschichte, der Abstand. Gehe ich wirklich ganz nah ans Chassis ran? Oder bin ich vielleicht in zwei Zentimeter Entfernung? Auch das ist so ein Punkt, der falsch laufen kann. Wenn ich beim Chassis ganz nah dran bin, beim Reflexrohr aber zwei Zentimeter Abstand halte, bekomme ich völlig falsche Pegel. Ich muss also alle Messungen versuchen, in irgendeiner Art und Weise wiederholbar und gleich zu machen. Und das klappt nicht immer. Und das klappt auch umso weniger, je größer der Unterschied ist zwischen, ich sage mal, Bassmembran und Größe des Reflexrohres. Und da haben wir gleich einen richtig geilen Kandidaten hier. Hier habe ich zehn Zentimeter Chassis, ungefähr acht Zentimeter von Sicke zu Sicke die Membran. Macht eine Fläche von knapp über 50 Quadratzentimetern. Und hier habe ich nur sieben Quadratzentimeter. Das sind schon riesige Unterschiede in der Fläche. Ja, und aufgrund dessen kann es da doch zu ordentlichen Abweichungen kommen. Ich möchte jetzt mal schnell vier Messungen machen. Und ich fange einfach mal an. Ich sage, ach so, Grundeinstellung, ganz kurz. Preferences, ich sage es diesmal direkt nochmal im Video. Ich gehe auf Analyzes und sage, Set Window with Automatically. Das heißt, dieses Messfenster wird von REW jetzt ganz groß aufgemacht, damit ich wirklich das komplette Signal da auch wirklich reinbekomme ins System. Bin ich letztens schon mal einmal kurz drauf eingegangen. Ich sage es jetzt nochmal extra. Ich habe es hier genau so eingestellt. Des Weiteren beim Messen selbst, wenn ich das Messfenster aufmache, Use Loopback as Timing Reference. Das bedeutet, ich habe jetzt wirklich eine reine Zweikanalmessung mit einem festgenagelten Timing. Timing. Wie oft sage ich Timing. Ihr wisst Bescheid. Okay. Also lasst uns loslegen. Ich messe hier von 5 bis 1500 Hertz. Dann bekomme ich so eine Portresonanz hier auch noch angezeigt, die unter Umständen da ist. Dann lege ich mal los. Und jetzt mache ich die erste Messung mit Staudruck, sagen wir mal. Und ich gehe ganz nah ran, soweit es geht. Okay. Erledigt. Da ist der Frequenzgang. Nur vom Bass. Das Gleiche mache ich jetzt mit einem quergestellten Mikrofon. Ich gehe wieder genauso nah ran. Gleicher Abstand. Und die Messung? Ja. 1 dB Unterschied hier. Hm. Hier hinten sieht es auch anders aus. Also die Messung sieht vom Verlauf ähnlich aus. Hat aber irgendwo einen anderen Pegel. Jetzt gehe ich mal auf 2 cm Abstand. Erst wieder hochkant. Oh, so 2 cm weg. Nochmal weniger Pegel. Klar, ich habe Abstand gehalten. Und jetzt 2 cm weg mit quergestellten Mikrofon. Zack. So, jetzt habe ich hier 4 Messungen auf dem Bildschirm. Der Verlauf ist bei allen Messungen ähnlich. Da will ich gar nicht meckern. Aber je nachdem, wie nah ich dran bin und wie ich das Mikrofon halte, habe ich jetzt sage und schreibe hier schon einen Unterschied zwischen 108 dB und 112 dB. 113 fast sogar. Ich sage mal 5 dB Abweichung habe ich jetzt erreicht hiermit. Boah. 5 dB. Das kann schon eine Menge sein, wenn ich so etwas verrechnen will. Hier mit dem Rohr. Das Rohr hat eine kleinere Fläche. Da wird das Spiel noch viel verrückter. Auch das will ich schnell zeigen. Ich fange wieder an. Ich stecke das jetzt quasi fast ins Rohr rein hier. So, starte die Messung. Halt vielleicht erst mal vorbereiten hier auf dem Rechner. So. Auf dem Schirm. Nächste Messung vom Bassreflexrohr. Quergehalten, fast drin. Auch ein anderer Pegel. Und jetzt nochmal die Geschichte in 2 cm Abstand. Alles nur geschätzt. Alles nur Pi mal Auge hier. Oh, müsste passen. Und die letzte Messung. 2 cm Abstand quergehalten. So. Alle Messungen im Kasten, würde ich sagen. Und was sehen wir jetzt? Während bei der Chassis-Membran mit ihren über 50 cm² die Abweichung hier ja nur so um die 5 dB hatte. Haben wir beim Bassreflexrohr sage und schreibe. 102 auf 114. 12 Dezibel Abweichung. Nun, weil ich das Mikrofon hier mal so, mal so gehalten habe. Und 2 cm den Abstand variiert habe. Nahverhältnismen. Kaum nehme ich etwas Abstand von einer kleinen Schallquelle, lässt sofort der Schalldruck nach. Also, haben wir jetzt immer schon was falsch gemacht? Nein, nicht unbedingt. Wenn ihr immer schön darauf geachtet habt, möglichst nah heranzugehen, dann sollte es halbwegs funktioniert haben. Aber es klappt halt nicht immer. Und deshalb will ich euch heute nochmal eine Möglichkeit vorstellen, wie man auf den Bassfrequenzgang vielleicht anders reagieren kann. Gerade wenn ich hier so eine kleine Schallquelle habe, wie das Bassreflexrohr, was ich hier habe. Und ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt einfach mal zwei Messungen, die wir gemacht haben. Und da würde ich sagen, wie ich sonst immer mache, die Messung, wo ich das Mikrofon quer gehalten habe und möglichst nah dran war. Das ist immer so meine Art, das Ganze zu messen. Und das wären jetzt im Grunde die braune Messung hier. Das heißt, alle anderen können weg. Moment, muss ich gucken. Die will ich behalten. Das heißt, die anderen Messungen sollen weg. Die stören mich jetzt. Zack, zack und zack. Und hier würde ich dann diese blaue Messung behalten wollen beim Chassis selbst. Das ist diese. Das heißt, die kann weg. Die kann weg. Und die kann weg. Stürzen wir uns also jetzt mal nur auf diese beiden Messungen, die möglichst nah dran mit quergestellten Mikrofonen passiert sind. Und jetzt kommt der Trick. Ich berechne gar keinen Korrekturfaktor, wie ihr es kennt. Also diese Geschichte 10 mal Logarithmus, Fläche Bassreflex, geteilt durch Fläche Chassis. Da habe ich ja dann eine Korrektur in dB, die ich hier eintragen könnte. Nein, mache ich nicht. Was ich jetzt mache, ich schiebe jetzt den Pegel des Bassreflexrohres so lange herunter, bis es hier unten in dem Bereich, wo beide eigentlich nicht mehr viel zu sagen haben, schön übereinander liegt. Das ist alles. Wollen wir das machen? Machen wir. Also, ich gehe hier auf Controls. Ich sage Measurement Action. Schiebe mir das so ein bisschen rein. So, jetzt gucke ich, um welche Messung es geht. Die braune Messung hier, das ist Messung 814. Die suche ich mir mal raus. Da ist sie. Und ich schiebe die jetzt hier mit SPL Offset so lange runter, bis sie mit der anderen Messung hier im unteren Bereich übereinander hängt. So. Seid nicht päpstlicher als der Papst. Ja? Übereinanderlegen. Sieht halbwegs gut aus. Nehmen. Es kann sein, dass ihr gerade in dem Moment Rumpeln im Haus hattet, weil die Waschmaschine gerade läuft oder sonst was. Dann würdet ihr das hier unten sehen. Hier ist noch ein kleiner Ansatz von Rumpeln. Es kann aber auch sein, dass es hier in diesem Bereich mal plötzlich so einen Peak drin gibt, weil irgendwas im Haus, im Messraum, sonst wo gerumpelt hat. Draußen ist ein LKW vorbeigefahren oder ein Leo 2 oder sowas. Und dementsprechend dann die Messung einfach nochmal wiederholen, damit ihr hier schöne, saubere Abfälle habt. So. Ich habe es jetzt hingeschoben. So gefällt es mir. Ich sage jetzt Add Offset to Data. So will ich es haben. Und jetzt verrechne ich das wie immer. Also Trace Arithmetik. Such mir die beiden Messungen wieder raus, die ich verrechnen will. Die 10er und die 14er. Von meinen vielen Messungen. Die 10er. Die 14er. Sage Generate. Baff. Und bekomme jetzt hier den resultierenden Frequenzgang meines Lautsprechers. Können wir uns nochmal einzeln angucken. Das soll er sein. Okay. Zack. Mal mitlich hier auf dem Bildschirm. Das ist jetzt der Frequenzgang von diesem Lautsprecher. Wie sieht der aus? Ich sehe hier eine leichte Erhöhung bei 200 Hertz. Ich sehe hier einen zarten Abfall. Und so richtig wegbügeln tut es erst hier bei 50, 40, 50 Hertz. Da geht das Ding erst bergab. Wie sah die Simulation aus? Können wir auch nochmal schauen. Die Simulation mache ich auf. Zack. Ich habe hier kein Huckel. Nein. Die Simulation weiß ja auch nicht, was für ein Gehäuse ich habe. Und was ich sonst noch für Einflüsse habe. Ich habe ja nur mal diesen 200 Hertz Huckel drin. Aber ist es überhaupt ein Huckel? Lass uns nochmal schauen. Oder bin ich wieder mal päpstlicher als der Papst? Also ich habe hier einen Pegel von 111,4. Da ist 110, wo der Rest liegt. Ich habe eine Welligkeit von 1 dB bei 200 Hertz. Ich glaube, ich kann damit leben. Okay. Und jetzt? Ja, wie gesagt, leichter Abfall. Richtig wegbügeln tut es hier bei 50, 40 bis 50 Hertz. Ich habe hier einen kleinen Pegelverlust schon drin von 4 dB oder so was bei 50 Hertz. Wie sah jetzt die Simulation nochmal aus? 50 Hertz, 4 dB. Ja, habe ich hier auch. Passt perfekt. Simulation und Messung passen perfekt übereinander. Das kleine Ding hier, das kann tatsächlich jetzt 50 Hertz sauber bringen. Wenn man es elektronisch korrigiert, muss man es nur ein bisschen anheben, damit da unten rum richtig was bringt. Und das Ding ist eine super Grundlage. Mir ist jetzt auch ein Name eingefallen. C'est bon. Das System heißt C'est bon. Das heißt ja so viel wie alles klar, alles okay, läuft. So kann man es ja frei übersetzen. C'est bon. C'est bon. Das ist der C'est bon Bass. Bass. Bassist. C'est bon Bassist. Mann, ich bin heute wieder ein Franzose. Es ist ja unglaublich. Ja doch, aber C'est bon gefällt mir gut. So was habe ich damit jetzt vor. Was habe ich damit weiter vor? Jetzt könnte man zum Beispiel C'est bon nehmen. Ich werde immer wieder gefragt nach einem Lautsprecher für den Schreibtisch. Das Ding ist nicht besonders tief. Wunderbar. Das wäre doch schon zweimal am Schreibtisch. Das ist die richtige Bassgrundlage würde ich sagen. Dann vielleicht noch an die Wand gerückt. Da schiebt das Ding noch mehr. Und obendrauf könnte man vielleicht den C'est bon Stirn bauen. halbrundes Brett. Da sitzt dann Breitbänder drin als Depot. Man kann es leicht anwinkeln. Der kleine hier oder vielleicht auch der etwas größere hier. Und fertig ist die Schreibtischbox. Hat Bass, hat ein Breitbänder, bisschen ausrichten auf die Ohren, Freude haben. Und das ohne elektronische Korrektur möglich, wenn man das damit verheiratet. Denke ich jedenfalls. Oder man könnte von diesen Bessen, wenn der Pegel einem nicht reicht, könnte man davon ja viel mehr bauen. Dann könnte man die auch im Raum verteilen. Ist immer ein Thema bei Heimkino. Ein Zappufer klingt nicht, weil ein Zappufer haut Raummoden raus und man sitzt entweder in einem Loch oder hat eine Überhöhung und es ist ja im Heimkino zum Beispiel viel besser, wenn man mehrere Bassquellen sozusagen im Raum verteilen kann. Auf Laufzeiten muss man natürlich achten, weil man dann den Raum gleichmäßig anregt und dementsprechend viel besseren Bass bekommt. Viel sauberer, viel trockener und so weiter und so fort. Heimkino Freaks werden es wissen, ich bin kein Heimkino Freak, ich habe es nur mal irgendwo aufgeschnappt. Ja, also zum Beispiel hiervon einen ganzen Haufen bauen und verteilen würde auch gehen oder hiervon drei hoch, drei in die Breite, neun Stück, so als Basswand würde auch gehen, weil das den kostet doch nichts, 18 Euro war das, kann man machen. Also ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal ein Foto von meiner Holzwerkstatt und was könnt ihr da sehen? Ich habe schon eine Menge Sembons vorgesägt. Das wird uns dieses Jahr noch ein bisschen begleiten. Macht's gut, tschüss!